Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Wingard. Wir sind hier in dieser mini kleinen Stadt, wo es bald das Festival gibt. Ja, aber wir gucken jetzt erstmal, was die anderen so machen. Wir sollten helfen. Was ist los mit euch? Oh, guten Morgen, Miri. Kevin und ich haben mit einem der Arbeiter hier gesprochen. Und anscheinend sind ein paar der Leute, die normalerweise helfen, das Festival aufzubauen, nicht da. Also habe ich gefragt, ob wir nicht helfen können. Wie hört sich das an? Nun, ich würde mich zwar eigentlich lieber ausruhen, aber wir haben ja eigentlich auch nichts anderes vor. Klasse. Die haben mir eine Liste mit Aufgaben gegeben. Ich habe schon Destiny, Colin und Chelsea weggeschickt mit ihren Aufgaben. Marshall und seine Mutter bereiten das Essen vor und ich denke, Sieg und Zane sind... Nun, ich denke, die und Laurel schlafen noch. Aber wie auch immer, wir sollen das Beste aus dem machen, was wir haben. Okay, also, wo muss ich hin? Gehen auf Route 11 und 10 und sammeln etwas Holz. Fünf Stück sollten genug sein. Fünf Holz. Was sind fünf Holz? Was bedeutet fünf Holz? Fünf Holz ist keine gute Angabe. Fünf Holz. Fünf Kilo Holz. Fünf Stöcke. Fünf Baumstämme. Fünf Arme voll. Fünf Schuhe voll. Ich weiß es nicht. Ist das ein Holz? Nein. Okay, wie sieht Holz aus? Also, wie sieht Holz aus? Ich weiß es nicht. Ich kann mir bitte... Ja. Ah, ich habe Holz gefunden. Eins. Sehr gut. Fehlen nur noch vier. Wenn der sagt, Route 10 und 11, müssen wir wahrscheinlich... Ach, die ganze Route hier auch absuchen. Da ist eins. Oh, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Huh? Hä? Wie habe ich sie gedodged beim Herlaufen? Okay, ach, gut. Habe ich direkt das perfekte Pokémon vorne. Oh. Knuddel mich nicht. Danke. So, auf Wiedersehen. Ah, Luxtra. Na, aber das ist nicht normales Luxtra. Wusste ich doch. Das macht trotzdem viel Schaden, weil ich bin immer noch Wasser. Ich denke irgendwie, ich bin Stahl, aber ich bin nicht Stahl. Nun. Kann man ja mal verwechseln. Fies ist das. So. Die Aurasphäre ist fies. Weg mit dir. Oh, ein K.P. Ich habe keine Ahnung, was ist das für ein Pokémon? Oh. Uh. Nicht gut für mich. Das hat ja richtig viel Schaden gemacht. Ich bin beeindruckt, quasi. Richtig gut. Gut, richtig gut. Ja, ja. Magische Blätter. Äh. Dafür habe ich Flammenwurf als Ausgleich. Dann sehen die magischen Blätter noch magischer aus, wenn sie die brennen. Bestimmt. Äh. Feuerholz. Mies, mies. Mies, mies. Guten Tag. Okay, wir sind am Ende von Route 10. Gut. Das heißt, ich gehe jetzt von hier aus einfach wieder zurück. In der Hoffnung, ich finde etwas. Da ist nichts. So. Ah. Holz. Ah. Das ist das, wo ich vorhin hin wollte, aber nicht hinkam. Noch eins. Warum sind hier so viele? Bin ich ganz umsonst hier hingelaufen? Uh. Fast runtergepft. Was ist? Ist es müde? Es bewegt sich nicht. Na ja. Die sind alle müde. Oh, ich habe sie irgendwie gefreezt. Ups. Ah. Und jetzt bin ich aus Versehen runtergehüpft. Ey, die Pokémon sind alle gefreezt. Das ist ja wild. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Das macht mein Leben definitiv einfacher. Es ist trotzdem wild. So. Holz, Holz. Holzi, Holz. Ah. Ah. Wie viele habe ich denn jetzt? Eins fehlt noch, oder? Ich glaube, eins fehlt noch. Hm. Au. Entschuldigung. Ich habe dich nicht gesehen. Das war keine Absicht. Aus Versehen. Oh. Ich bin schon am Ende, oder? Oh. Aber ich habe nicht genug Holz. Hä? Oh nein. Wo habe ich eins übersehen? Wo ist das blöde Holz? Wird es mir hier nicht angezeigt? Sehe ich es vielleicht in meiner Quest? Nein. Nein, bitte nicht. Quest hole ich. Äh. Ich habe noch nicht alle. Oder? Ich glaube nicht. Aber ich wüsste nicht, wo noch was sein sollte, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, sie sind zurück. Oh nein, die Pokémon sind zurück. Es war so schön, als sie nicht gelaufen sind. Hier unten. War ich hier unten schon. Oh. Tatsächlich nicht. Na gut. Wenn jetzt nur das Holz gewesen wäre, wäre scheiße. Aber für diese Trainerbox okay. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ist das Chelsea? Hört sich an, als würde es aus der Mitte von Route 10 kommen. Aha. Warte. Ich bin Route... Okay, ich bin Route 10. Ich habe guten Orientierungssinn. Ich möchte nichts anderes hören. So, Chelsea. Mitte von Route 10. Das muss ja irgendwo hier sein. Ich meine, ich bin Route 10. Also. Werden wir sie ja wohl finden. Kann ja nicht so schwierig sein. Chelsea zu finden. Du bist nicht Chelsea, ne? Das auch nicht Chelsea. Das ist Chelsea. Okay. Hä? Oh, Miri, du bist... Was tust du hier? Ich denke nur, das ist alles. Oh, okay. Darf ich mich zu dir setzen? Willst du? Ja, ich könnte eine Pause gebrauchen. Oh, klar. Äh, kein Problem. Alles okay bei dir? Was meinst du? Du siehst irgendwie aufgeregt aus. Echt, mir geht's gut. Du weißt, du kannst mit uns reden. Ähm, nun, wir sind alle Freunde. Wirklich? Ja, und ehrlich gesagt... Ähm... Bringe ich diese Nachricht auch von Dareth? Er scheint, äh, als würde er unbedingt wollen, dass wir alle befreundet sind. Und, äh, da hat er nicht Unrecht. Ich möchte auch mit dir befreundet sein. Danke, Miri. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Freunde machen würde, wenn ich, äh, wirklich Freunde bekommen würde, wenn ich von der Farm gehe. Ich denke, ich denke einfach zu viel nach. Also, danke, Miri. Klar. Und du solltest mit mir zurück zur Stadt gehen. Wir könnten dort Hilfe von dir brauchen. Oh, klar. Warte, Miri. Was ist? Ich fühlte es sich manchmal an, als würdest du etwas in deinem Leben vermissen? Das ist eine wilde Frage. Was? Nun, als würde ein großer Teil deines Lebens einfach nicht da sein. Ähm, du weißt nicht, was es ist, aber du weißt nur, dass es nicht da ist. Tut mir leid, das war wahrscheinlich keine Frage, die man stellen darf. Ich denke, ähm, es ist, weil ich, ähm, ohne Freunde aufgewachsen bin. Ich gehe zurück in die Stadt. Äh, ich bin eingefroren. Ich konnte nicht antworten. Irgendwas fehlt wirklich in meinem Leben. Ich denke, das ist der größte Unterschied zwischen mir und dir, Chelsea. Ähm. Dass wir dir helfen können, dieses Gefühl loszuwerden. Und ich weiß trotzdem nicht, wo ich anfangen soll. Oh. Okay. Philosophisch. Kapitel 21. Verloren im Wind. Level Cap 45. Yay. Oh, Level 21. Oh, wir sind bald am Ende, ne? Viel gibt es nicht mehr. Warte, was ist passiert? Was ist in der, in den letzten zwei Sekunden passiert? Wo, Miri, wo bist du? Was zur Hölle? Oh, Mann. Warum tut mein Bein so weh? Vielleicht kann ich meine Pokémon benutzen, um mir zu helfen? Meine Pokébälle, sie funktionieren nicht. Mist. Ist das ein Traum? Nein, es fühlt sich viel zu real an. Als wäre ich hier schon mal gewesen. Wie auch immer, ich muss, äh, in Bewegung bleiben. Was ist passiert? Was, was hab ich nicht mitgekriegt? Was zur Hölle? Um Himmels Willen, wo bin ich? Hallo? Hallo? Ein Mann ruft in der Entfernung. Bitte, helfen Sie mir. Warte, ich kann ihn sehen. Was ist passiert? Hallo, alles in Ordnung? Ich, warte, du bist, äh, du bist, ich denke, das ist genug für jetzt. Was, was zur Hölle? Ja, was zur Hölle? Aber, aber mal ernsthaft. Ich verstehe nicht. Was habe ich gerade gesehen? Ich sollte nach unten gehen. Okay. Bin schon wieder ohnmächtig geworden. Wie bin ich ins Bett gekommen? Guten Morgen, Miri. Guten Morgen, Destiny. Ist alles in Ordnung? Ja, nun geht so. Ich habe erzählt, was ich in meinem Traum gesehen habe. Wow, das hört sich intensiv an. Ich weiß. Warte. Meinst du, das ist eine Erinnerung? Was soll das heißen? Nun, äh, als wäre das etwas, äh, an das du dich eigentlich nicht mehr erinnern kannst. Aber es ist irgendwie doch zurückgekommen. Tut mir leid, äh, ich versuche nur irgendwie eine Lösung zu finden. Nein, du hast vielleicht recht. Aber das, was du beschrieben hast, äh, ich, äh, weiß nicht, wo diese Erinnerung herkommen soll. Also, äh, ich, äh, kann mir nicht vorstellen, dass, äh, wir, und, dass wir mehr als ein Jahr Altersunterschied haben. Und ich kann mich an keinen großen Krieg oder Konflikt in meiner Lebenszeit erinnern. Hm. Nun, vielleicht sollte ich Keith danach fragen. Ja, das ist eine gute Idee. Äh, ich, äh, warte aber bis nach dem Festival. Sicher? Das scheint sehr wichtig zu sein. Ja, aber das ist nichts, was ich verpassen möchte. Wir können morgen gehen und es zur Vanguard Akademie bis zum Abend schaffen. Okay. Ich werde einfach, äh, aufschreiben, was ich gesehen habe in dem Traum, falls ich irgendwas vergesse. Aber, ähm, wir sollten nicht so viel darüber nachdenken und stattdessen das Festival genießen. Wir haben so hart gearbeitet dafür. Du hast recht. Tut mir leid, es ist nur seltsam. Was? Das ist die größte Spur, die wir bisher hatten, um das Mysterium hinter deiner, äh, Erinnerungslücke zu finden. Aber du willst lieber Zeit mit uns verbringen. Tut mir leid, das hört sich egoistisch an, aber das macht mich echt glücklich. Ich bin froh, dass du dir nicht mehr so Sorgen wegen deinem Gedächtnisverlust machst und stattdessen Spaß hast. Sie hat recht. Ich, äh, hab mich so an das alles gewöhnt. Manchmal, äh, denke ich gar nicht mehr über das Leben nach, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Nun, ich möchte dir helfen, seit wir uns getroffen haben. Aber ich, du musst es nicht sagen, ich möchte das Festival mit allen anderen auch genießen. Ja? Natürlich. Heh. Oh man, Darius möchte uns doch noch helfen, äh, bevor wir an... äh, möchte doch noch, dass... Was? Dass wir helfen, bevor er anfängt. Okay, na dann. Na, alles klar. Kann ich jetzt endlich meinen, äh, Max-Achse entwickeln? Und ich sollte vielleicht heilen gehen. Das wäre bestimmt nicht schlecht, ne? Hier sind doch, da sind die eigentlich drin, oder? Nein. Das sind 8, 62. Okay. Keine Entwicklung, fies. Okay. Na dann. Ich level die Pokémon jetzt einfach so. Ich hab so viele von diesen Bonbons. Oh, das ist schon Level 45. Äh, ich... Ja, ich war... Ich war nur kurz verwirrt. Surfer willst du lernen? Ich mein... Ja, okay. Wir machen Surfer. Ist schon okay. Solange ich nicht die Wahl habe, ob ich Siedewasser nehme oder nicht. Ich gebe noch heilen, Darius. So. Sehr gut. Das hätten wir erledigt. Miri, wir sind fast fertig. Bist du bereit, das Festival zu beginnen? Äh, okay. Das heißt, danach wird wahrscheinlich die Sequenz mit Turnieren losgehen. Das schaffen wir aber in dieser Folge definitiv nicht mehr. Das wäre... Das wäre zu lang. Ist das eine Route, auf der ich schon war? Ein Counter. Nein, war ich nicht. Vielleicht finde ich hier noch was Schönes für das Festival, um es als Pokémon mitzunehmen. Wir haben da drei neue Routen-Pokémon, die hier angeblich auftauchen. Bisher? Naja. Oh nein. Ja, nee, danke. Wenn das auftaucht, taucht bestimmt auch... Ah, okay. Ja, daran habe ich gedacht, dass das auch auftaucht. Nee, ich dachte eigentlich an... Nein. Danke, dass ich nicht flüchten darf. Das ist fantastisch freundlich von dir. Dankeschön. Das freut mich sehr. Wann kommt denn jetzt dein Freund? Okay. Einscheidend gibt es hier doch nicht alle. Habe ich jetzt alle Routen-Pokémon? Ja. Du kannst nicht... Das Illumise alleine... Das ist irgendwie fies, oder? Nicht? Na gut. Ich war noch nicht auf dieser Route, oder? Hier ist aber, glaube ich, auch nichts. Zumindest in die Richtung nicht. Wahrscheinlich müssen wir da erst später hin. Okay, Sackgasse. Sieht so aus. Was müsste ich hier noch nicht hin? Oh, hier ist ein riesiger See. Das wird bestimmt wichtig. Kann ich mir vorstellen. Das sagt denn die Map. Map, 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 Map. Map, 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 Map. Das wollte ich tatsächlich diesmal nicht drücken. So. Ah. Da gibt es eine Insel. Ah. Alles klar. Kommen wir hier noch irgendwo hin? Wahrscheinlich nur Richtung See. Ja. Der See des Zorns. Oder so. So ähnlich. Na gut. Ich würde sagen, nächste Folge geht es dann los mit dem Festival. Mal sehen, was uns da so erwartet. Das Kapitel hier ist ja schon sehr interessant. Ich bin echt gespannt. Und ich würde sagen, bis dahin. Macht es gut. Um voilà. Ich würde sagen, bis dahin. Vielen Dank.